Kapitel 7 Enthüllung per Exzellenz Professor McGonagall trat vom Fenster zurück zum Schreibtisch. Albus, kann ich Severus mit gutem Gewissen zurück in diesen Dreck schicken? Nein, nicht mit gutem Gewissen, aber mit der Gewissheit, dass er alles, was er tut, korrekt machen wird. Ich frage mich nur, woher nimmt er diese Kraft? Ich erinnere mich gut, dass er mir sagte, er könne nicht mehr. Und dann nach seiner fast tödlichen Verletzung. Er hat sich wirklich sehr gut erholt. Die Schulleiterin nickte. Wie geht es eigentlich unserer Miss Granger? Minerva sah ihn besorgt an. Gut, denke ich. Sie wird den Schulabschluss mit Bravour bestehen. Trotz der langen Unterbrechung. Aber was sie gerade hatte, es ist mir ein Rätsel. Albus fuhr sich über seinen weißen Bart. Vielleicht... Nein, nein. Unsinn. Lass uns lieber überlegen, wie wir vorgehen. Verschweigst du mir etwas, Albus? Minerva. Ich bin ein Portrait. Natürlich nicht. Nimm dir einen Zitronenbonbon, meine Liebe. Hermine betrat Professor Snapes Wohnung. Er stand gebückt am Kamin. Als er Hermine hörte, sah er auf und entfernte sich vom Feuer. Hermine warf sich ihm um den Hals. Überrascht von Hermines Reaktion, stand er kurz steif vor ihr. Dann schloss er jedoch seine Arme um ihren schlanken Körper. Hermine schwebte einige Zentimeter über dem Boden, als sie ihn erleichtert und stürmisch küsste. Plötzlich ging die Tür auf und Hermines Freude stand unerwartet im Raum. Severus löste sich von Hermines Lippen und fragte Barsch. Und noch nie etwas von anklopfen gehört, Potter, Weasley. Er hielt Hermine umschlungen, bis sie flüsterte. Severus, lass mich runter. Ron starrte seinen Professor und Hermine schockiert an, als dieser ihn und Harry anherrschte, hineinzukommen und gefälligst die Tür zu schließen. »Kannst du uns das erklären? Verdammt!« Harry sah Hermine schockiert an. Severus strich Hermine über die Wange. »Ich bin kurz duschen und etwas frisches Anziehen, okay?« Hermine nickte und sah ihm nach, während er verschwand und sie mit ihren Freunden allein ließ. Hermine schluckte und setzte sich. »Was macht ihr eigentlich hier?«, fragte sie ihre Freunde an. »Das fragst ausgerechnet du?« »Wieso, verdammt nochmal, bist du hier? Bei Merlin? Meine? Ich kann es nicht glauben, das... Spinnst du?« Presste Ron und Beherrschung ringend vor. »Wir wollten dem Professor unsere Hilfe anbieten,« war Harry erklärend ein. Hermine goss sich etwas Wein ein. »Ich... Also ich habe mir den ganzen Tag wahnsinnige Sorgen gemacht. Und ich werde mich nicht für euch beiden rechtfertigen. Aber eins solltet ihr wissen.« Harry sah Hermine fragend an. »Und was wäre das?« Hermine rutschte auf dem Sessel in eine andere Position und meinte völlig ruhig. »Ich liebe ihn.« Ron schnappte nach Luft. Und Harry setzte sich nun doch. Severus war gerade dabei, sein Hemd zuzuknöpfen, als er hörte, was Hermine sagte. »Konnte man sich offener zu jemandem bekennen?« fragte er sich und trat wieder ins Wohnzimmer. Er bemerkte, wie Harry und Ron ihn unverwandt anstarrten. »Wenn wundert's?« dachte er. Er war barfuß, trug eine schwarze Jeans, und seine nassen Haare hatte er aus dem Gesicht gestrichen. So hatten seine Schüler ihn gewiss noch nie gesehen, zumal er noch dabei war, die letzten Knöpfe seines Hemdels zu schließen. »Machen Sie den Mund so, Weasley. Sie sind doch kein Karpfen!« meinte er leisenschneidend und bestimmt. »Meine, seid ihr... Ich meine, was... Habt ihr... Ich...« Ron stotterte unbeholfen. Severus sah Hermine fragend an. »Menn du erlaubst.« Hermine nickte und errötete. Harry verschlug es die Sprache. »Hat er das gerade tatsächlich gehört?« Hat er Professor Severus Snape tatsächlich Hermine um ihre Zustimmung gebeten? »Auch wenn sie es nichts angeht, Mr. Weasley, Mr. Potter. Aber zur Befriedigung ihrer Neugier, Miss Granger.« Er zwinkert ihr zu und fuhr sehr beherrscht fort. »Nun, Hermine und ich schlafen seit mittlerweile gut drei Monaten miteinander. Und ich habe nicht vor, an dieser Sachverhalt etwas zu verändern.« »Sie...« Er brach kurz ab. »Sie gehört mir.« Erklärte er plötzlich mit ungewohnter, warmer Stimme. Harry und Ron starrten Severus an, der sich hinter Hermine stellte und seine Hände auf ihre Schultern legte. »Sie könnten Ihr Vater sein!« Schrie Ron plötzlich, sprang vor und schlug Severus mit der flachen Händen auf die Brust. »Ron, beruhig dich!« Harry versuchte einzulenken. »Sie ist mein Mädchen!« fauchte Ron und stürmte erneut auf Severus zu, der ihn nonverbal und mit einem Schlenker seines Zauberstabes stoppte. »Nein, Mr. Weasley.« »Das... meine...« Hermine stand auf. »Jetzt hört endlich auf!« rief sie mit erhobener Stimme, als die Tür plötzlich erneut aufflog. »Mist!« Genie stand in der Tür. »Ich hab befürchtet, dass ihr hier seid!« Hermine zog ihre Brau hoch. »Und warum hast du die zwei nicht aufgehalten?« Genie schloss die Tür und boxte Ron und Harry auf die Schulter. »Weil ich gerade auf dem Klo war!« »Vielleicht lassen sie die Tür gleich geöffnet, Miss Weasley. Ein paar Gryffindors fehlen noch!« Cyrus lehnte sich offensichtlich genervt an ein Bücherregal. Harry sah von Hermine zu Genie und verstand. Natürlich hatte Genie von der Affäre, oder was auch immer das war, gewusst. »Was passiert wohl, wenn ich damit zu Professor McGonagall gehe?« fragte Ron plötzlich. Cyrus wollte seinen Zauberstab heben, aber Hermine hielt ihn davon ab. »Das würdest du tun? Wirklich?« Ron sah Professor Snape an und schüttelte seinen Kopf. »Nein!« Rons Blick war an Cyrus' Hals gefangen. Mit seiner Hand griff er an seinen eigenen Hals. »Na, Genie?« fragte er. Cyrus nickte stumm. »Jetzt wurde es geklärt, wie er... Professor, wir helfen Ihnen. Wie können wir Hogwarts beschützen? Was haben Sie herausgefunden?« »Ich kann Ihnen nichts sagen. Nur, dass Sie achtsam sein müssen. Meine Quellen zufolge ist ein Angriff von innen geplant.« »Aber wer?« Hermine sah Cyrus an. »Soweit bin ich noch nicht.« »Harry, ich kann es nicht glauben. Wie kann Hermine nur mit Snape? Seit drei Monaten. Ich fass es nicht. Sie lässt sich von ihm...« »Igitt!« »Und ich durfte es nicht mal anrühren.« Harry sah seinen Freund an. »Geht es vielleicht noch lauter, Ron?« Ron seufzte. »Ich verstehe es noch nicht.« »Ach, so wie er gerade ausgesehen hat.« »Sexy!« Ginny lachte amüsiert auf. »Er ist ein alter Sack!« schimpfte Ron. »Tja, er wird schon seine Qualitäten haben«, meinte Ginny und zwinkerte ihm belustig zu. »Wolltest du ihnen heute mal zeigen, was für ein sexy Typ hinter deine Maske steckt?« Cyrus lachte kurz auf. »Sexy?« »Ja, du findest mich sexy.« Hermine errötete und nickte. Cyrus schmunzelte und küsste sie. »Was hältst du davon, wenn wir die Nacht in meinem Haus verbringen?« »Dort stört uns sicher niemand.« Hermine reichte ihm ihre Hand. »Nur wir?« Sein Lachen erreichte seine Augen. »Und essen bei Toni?« »Lieber essen wir von Toni. Wir können es dort sicher auch nur holen und dann bei dir essen.« Cyrus nickte. »Geriss.« Cyrus war bekannt in diesem Restaurant. Er kam seit Jahren regelmäßig. Doch auch Hermine kannte man mittlerweile und sie wurden gut gelaunt begrüßt. »Derselbe Tische wie immer, Severus?« Severus schüttelte seinen Kopf. »Heute nicht.« »Wir würden das Essen gerne mitnehmen.« Toni lächelte die zwei wissend an. »Wir machen es fertig. Setzt euch so lange. Ein Wein, während ihr sie wartet.« »Derselbe Tische«